Hallo, ich bin gerade als Erasmus-Stipendiat an der Hochschule Fulda. Heute habe ich frei. Lasst uns zusammen die Stadt anschauen. Die Kirche St. Blasius in Fulda. Fulda ist eine kleine, aber sehr junge Universitätsstadt mit vielen Studenten aus der ganzen Welt. Afrikaner, Araber, Asiaten. Als Ausländer ist es leicht, sich hier wie zu Hause zu fühlen. Das ist lustig. Für Kinder und für Erwachsene. Das ist unglaublich, nicht wahr? Unglaublich. Der Dom hat meine Erwartungen übertroffen. Nicht nur wegen seiner Größe, er ist auch ein Prachtstück barocker Bildhauerkunst. Jetzt verstehe ich, warum Fulda ein Wallfahrtsort ist. Schaut mal genau hin. Der Fuß ist nicht gemalt, sondern er ragt hervor. Er ist aus Holz geschnitzt. Jetzt bin ich in der Residenz der Herrscher von Fulda. In diesem Saal gibt es nicht nur einen, auch nicht 100, sondern 422 Spiegel. Was für ein Reichtum, was für ein Prunk. Hier kann man alles in Ruhe auf sich wirken lassen. Impresionante. Wie friedlich. Welche Ruhe hier. Wie schön. Zum Schluss ein typisch deutsches Essen. Von hier verabschiede ich mich. Ich hatte einen tollen Tag in Fulda. Ich hoffe, er hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich glaube, es geht porch. Ich bin Après von hier. Ich hoffe, es geht. Vielen Dank.